Wer an diese Rallye glaubt, der soll doch kaufen. Gestern viele Kommentare, Fugmann, ja der Permabär immer bärisch, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich bin nicht immer bärisch, ich bin jetzt bärisch, ich bleibe bärisch. Und ich will in diesem Video nochmal die Gründe dafür zeigen, warum es sehr wahrscheinlich nicht die allerbeste Chance ist, jetzt sich einzukaufen in diese FOMO-Rallye. Jetzt kommt die Jahresendrallye, Paul gibt grünes Licht. Siehst du, die Zinsen werden langsamer steigen, das ist die Botschaft, hurra, hurra, hurra. Aber das, was die Märkte nicht hören wollten, das haben sie nicht gehört. Das war so eine Art Rosinenpickerei, könnte man sagen. Man sucht sich so das aus, was man will. Und auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich einen ziemlichen Short-Squeeze gesehen, denn die letzten drei Mal war es so, dass bei den Auftritten von Paul die Märkte stark nach unten gingen. Jetzt hat Paul im Grunde das Gleiche gesagt wie bei den letzten drei Mal auch. Und jetzt steigen die Märkte und sagen hurra, weil sie sagen, ja siehst du, er hat doch jetzt gesagt, die Zinsen könnten langsamer steigen, schon im Dezember. Wahrlich nichts Neues, das haben alle schon gesagt. Oder alles ist schon gesagt worden, eigentlich von der FED, nur noch nicht von allen. Paul hat es das erste Mal explizit gesagt, was etwa 723 andere FED-Speaker auch schon gesagt haben. Nämlich, dass die Zinsen langsamer steigen, das stand schon im letzten FOMC-Statement, ist also nichts Neues. Und jetzt schauen wir uns mal an, was eigentlich hier zu beachten ist, was die Märkte betrifft und was die Aussagen betrifft. Wie gesagt, die letzten drei Male ging es nach unten bei der Rede von Jerome Paul und zwar ziemlich kräftig. Will Jay kill the S&P 500 again? Hier fragt ihr dann Jim Bianco. Nein, hat er nicht. Schauen wir uns mal die Schlagzeilen an aus den USA, New York Times. Überall, Wall Street Journal, CNN, überall ist von einer Verlangsamung der Zinsanhebungen die Rede. Ja, gar keine Frage, aber die Märkte agieren ja so, als hätte die FED gestern gesagt, hätte Paul gestern gesagt, wir senken jetzt die Zinsen auf Null, könnte man sagen. Und slower doesn't mean lower, dieser Satz von Carl Leesman sollte man sich doch durchaus weiter einprägen. Nämlich, das ist genau der Punkt, die Märkte interpretieren jetzt langsamer mit irgendwie niedriger. Aber das ist ja nicht der Fall. Die Zinsen steigen ja weiter, deswegen sagt Roberto Bagnato, sagte, diese Rallye ist Nonsense. Paul hatte gesagt, wir werden die Zinsen langsamer anheben, aber sie werden höher gehen, als wir zuvor gedacht haben. Das ist genau dieser Punkt, den die Märkte nicht hören wollen. Die Zinsen werden höher gehen und sie werden vor allem dauerhaft höher bleiben, dass zumindest die FED, die Märkte sagen, ah ne, die werden schon bald wieder die Zinsen senken. Jedenfalls haben wir dann diese massive Rallye gesehen, hier nochmal bei CNBC. Paul says, smaller interest rates could start in December. Aber Paul hat auch gesagt, die Geldpolitik wird länger restriktiv bleiben und wir werden weitermachen, bis der Job gemacht ist. Er hat dann auch wörtlich das gesagt, was er am 2. November schon gesagt hat, damals als die Märkte abverkauft haben. We have ways to go with interest rates before we get to a level that is sufficiently restriktiv. Also da ist im Prinzip das rausgepickt worden, wie gesagt, was man hören wollte. Dann auch Paul zum Arbeitsmarkt, das war ja auch etwas Wichtiges, als er sagte, dass eben die Lohnzuwächse und die Lage am Arbeitsmarkt sich wohl nicht absehbar ändern werden. Kennt er schon die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag kommen. Heute kommen ja die PCE-Verbraucherdaten. Also sagt hier die Bloomberg-Analystin, diese Rede bestätigt unsere Sicht, dass Paul eher am hawkischen Ende praktisch des FED-Spektrums zu verorten ist. Und Paul ist ja der entscheidende Mann. Hier in den konventionellen Übersichten ist er mehr so in der Mitte bis leicht hawkisch. Manche fanden auch extrem doffisch diese Rede. Es gab ein paar doffische Elemente, gar keine Frage, aber es ist eben ein Mix und man hat nur das genommen, was man hören wollte. Wir sehen auch bei den Renditen etwa 3,75 Prozent kurz vor der Rede. Dann sind wir auf 3,6 Prozent gesunken. Hier sagt ein Kommentator bei Finanzmarktwelt, die FED kuscht vor den Märkten. Sie würde gerne die Inflation bekämpfen, traut sich aber nicht. Nicht, naja, das würde ich nicht so sehen. Jetzt erst mal rauf, weil nur 0,5 eingepreist werden müssen statt 0,75. Die Worte waren ja jetzt nicht weniger hawkisch, so ein anderer Kommentar als bei den letzten FED-Statements. Und bei der nächsten Dezember-Tagung werden dann 0,5 verkündet mit einem hawkischen Ausblick. Das werden wir sehen. Aber 0,5 Prozent ist eben auch eine Zinsanhebung. Eine Zinsanhebung. Ja, Paul hat gesagt, okay, wenn wir over tighten, wir wollen nicht sozusagen überstraffen die Geldpolitik, weil wir wollen dann die Zinsen nicht senken deswegen. Also sagt man jetzt eben, wir heben die Zinsen langsamer an, damit wir sie dann nicht senken müssen. Das nicht senken haben die Märkte nicht groß hören wollen. Jedenfalls sehen wir, dass es hier ein Shorts, wie es natürlich der Fall ist. Viele waren im Vorfeld der Rede nach den drei letzten Erfahrungen offenkundig auf der Short-Seite unterwegs. Hier sehen wir die meistgeschorteten Aktien von Goldman Sachs in diesem Basket, die steil nach oben geschossen ist. Hier sagte Paul wörtlich, der Zeitpunkt für eine Mäßigung der Zinserhöhung könnte schon bei der Dezember-Sitzung kommen. Der Zeitpunkt dieser Mäßigung ist weit weniger wichtig als die Frage, um wie viel wir die Zinsen weiter anheben müssen. Also der Zeitpunkt dieser Mäßigung, der ist jetzt, also weniger große Zinsanhebung, aber 0,5 ist immer noch eine große Zinsanhebung, wenn es denn so kommt, ist weit weniger wichtig als die Frage, um wie viel wir die Zinsen weiter anheben müssen. Das haben die Märkte komplett ignoriert, sondern eben dieser Zeitpunkt für Mäßigung könnte schon bei der Dezember-Sitzung kommen. Rosinenpicking vom Allerfeinsten. Und dann sagte er auch, wie lange es dauern wird, die Geld, oder es wird, man wird sehen, wie lange wir die Geldpolitik auf restriktivem Niveau halten. Jetzt hier ein Kommentator, hier bei Bloomberg Hauptziel war es, die Botschaft zu verankern, dass es 2023 keine Lockerungen geben wird. Und dieses Signal kam an, so ein Ökonom, und das sei eine Gratwanderung für Paul gewesen, der FED-Chef aber einen möglichen Wendepunkt andeuten, den Risikoappetit aber nicht zu sehr stärken wollen, naja, das ist ihm dann nicht gelungen. Denn letztendlich sei der Markt ermutigt worden, denn die Implikation sei auch gewesen, dass es wohl nicht mehr allzu viele Zinsanhebungen geben wird. Aber das war ja ohnehin klar, die Zinsen dürften bis 5% steigen, das haben die Märkte erwartet. Jetzt kann man so verschiedene Aspekte sich rausgreifen, eben diese Moderation bei der Dezember-Zinsanhebung, also diesem etwas kleineren Schritt, Dorwisch. Dann hat er gesagt, dass wir schon ein Stück weit erreicht haben mit unserer restriktiven Geldpolitik, Dorwisch. Aber wir haben eben sehr viele horkische Punkte, auch restriktive Geldpolitik für einige Zeit. Zinsen somewhat higher, als wir gedacht haben. Die Zinsen werden länger als, werden eine Zeit lang auf restriktivem Niveau bleiben. Wir wissen nicht, wo der Zinsgipfel genau sein wird und wir müssen weiter die Nachfrage dämpfen und so weiter und so fort. Also von beiden war etwas dabei. Letztendlich nichts Neues, aber dass die Märkte sich so hier auf diese Seite schlagen, ist schon erstaunlich. Genauso sieht das Jim Bianco. Nick Timitarus, das Mauspiece-Verfett, dagegen sagt, Paolo wollte vielleicht nicht die Financial Conditions auflockern. Aber er hat eben auch gesagt, ja, wir wollen die Wirtschaft nicht sozusagen in einen Crash stürzen, um dann eben die Zinsen senken zu müssen. Das haben die Märkte als positiv interpretiert. Hier sehen wir mal die erwartete Zinsstruktur. Da dürfte knapp unter 5% nach derzeitiger Erwartung, nach der Rede von Jerome Paul, Schluss sein. Wir sehen, wie hier die Terminal Rate Expectations nach unten gegangen sind, eben wegen der Aussage von Paul. Das könnte schon im Dezember beginnen. Jetzt erwarten die Märkte einen 50-Basispunkte-Schritt im Dezember und dann nochmal 50 Basispunkte und dann Schluss auf 5%. Und dann im November 2023 die erste Zinssenkung. Das ist derzeit die Erwartung der Märkte, die sich gestern massiv gefreut haben. Wir sehen hier den S&P 500 über 3% im Plus. Dow 2% im Plus. Nasdaq 4,5% im Plus. Bums ging es nach oben. Das Glas ist viertelvoll und nicht dreiviertel leer. Das ist auch eine Logik. Ja, okay, die Frage. Hier sehen wir, der S&P geht steil nach oben. Der Wichs ist gefallen, aber nicht unter die 20 gefallen. Der S&P 500 hat das erste Mal seit April über dem 200-Tages-Durchschnitt geschlossen. Damals ging es dann wieder nach unten. Muss diesmal nicht so sein. Aber wer jetzt kauft, der hat natürlich vielleicht ein kleines Thema bald. Wir sehen hier oben in dieser Grafik den S&P 500 knapp über dem 500-Tages-Durchschnitt und hier der abwärtste Trendkanal. Unten sehen wir die Financial Conditions. Die sind jetzt laxer als auf dem Hochpunkt der Rallye im August. Jedes Mal, wenn wir eine solche Struktur hatten, ging es dann zweistellig nach unten. Muss diesmal nicht so sein. Aber die Frage ist, sollte man jetzt kaufen. Wir laufen jetzt in diesen Abwärtstrendkanal rein, haben verschiedene Widerstandslinien. Und hier sehen wir die letzten beiden Male, als wir diese ähnliche Struktur haben. Wir haben jetzt einen dicken, 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 dicken Widerstand, sind maßlos überkauft im kurzen Zeitfenster. Hier sehen wir den S&P 500 nochmal und den Wichs, der jetzt auf eine maßgebliche Unterstützung trifft. Jetzt sehen wir 92% der Aktien im S&P 500 sind über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das ist in etwa der Wert, den wir auf dem Hochpunkt der Rallye im August hatten. Ist das ein guter Zeitpunkt für Einkauf? Aus meiner Sicht nein, da bleibe ich dabei. Wir sehen hier den Dollar-Index, der fast auf einer Unterstützung ist. Also hier vielleicht noch ein bisschen Luft nach unten für den Dollar und ein bisschen vielleicht noch für die Aktienmärkte. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist aus meiner Sicht ungünstig. Immer die Frage natürlich, aus welcher Zeitperspektive spricht man. Ich habe Mitte Oktober gesagt, das ist eine gefährliche Zeit für Bären, die jetzt anbricht. Dann hatten wir diese Rallye gesehen. Also ich bin kein Dauerbär, meine Damen und Herren, kein Permabär. Aber jetzt sehe ich einfach, dass diese Struktur des Marktes, da ist sozusagen die beste Wunschvorstellung aller Welten eingepreist. Und das wird nicht passen, das wird nicht aufgehen. Cook von der Fed hat heute gesagt, ja, wenn wir uns die Zinskurven anschauen, dann gibt es doch eigentlich gar keinen Grund, dass die Wirtschaft in eine Rezession fallen wird. Naja, schauen wir uns hier mal zum Beispiel die Business Conditions bei kleineren Firmen an. Rechts sehen wir das, was hier nochmal aufgeführt ist. Paul hat immer gesagt, ja, diese Zinskurve zwischen der dreimonatigen und der dreimonatigen in 18 Monaten Anleiherendite, das sei das Entscheidende, die ist invertiert, ist durch die Rallye gestern wieder reinvertiert. Also hier hat eigentlich der Rezessionsträger von Paul angeschlagen. Gestern hatten wir ja den Chicago Einkaufsmanager Index, miserabel mit 37, immer eigentlich ein Rezessionsniveau. Wenn die Fed irgendwie wie die Zinsen anhebt in einem Zinsanhebungszyklus, geht immer irgendetwas kaputt. Das wird auch diesmal so sein. Noch sind die Märkte allerdings auf die Inflation fokussiert. Aber selbst der Dauerbulle Marco Kolanovic, der immer gesagt hat, buy the dip, buy the dip, da waren ungefähr 327 Gelegenheiten, den Dip zu kaufen, der sagt jetzt, wir werden einen signifikanten Abwärts-Move bei den Corporate Earnings sehen, also bei den Gewinnen der Unternehmen. Das wird zwischen jetzt und dem Ende des ersten Quartals passieren. Ähnliches haben wir gestern übrigens bei Salesforce schon gesehen. Immerhin kein kleiner Wert ist, soweit ich das erinnere, im Dow Jones 7% ging es nachbörslich nach unten. Heute sind die PCE-Verbraucherpreise, die für die Fed sehr, sehr wichtig sind, erwartet 5,0 zum Vorjahresmonat und 0,3% zum Vormonat. Wir sehen, dass da eigentlich ein Aufwärtstrend der Fall ist bei der Kerninflation, weil da eben Miete drin ist, Owners Equivalent Rent drin ist. 14,30, das dürfte wichtig werden für die Märkte. 16 Uhr haben wir dann den ISM-Index-Gewerbe, auch das wird spannend. Und dass die Märkte so positiv sind, derzeit hängt auch mit China zusammen. Wir sehen eine Ready-by-Chinesischen-Aktien-Wiederöffnungswette. Wir sehen jetzt, dass etwa Peking Corona-Patienten erlaubt, auch zu Hause in Quarantäne zu bleiben. Man bewegt sich also ein bisschen, allerdings gibt es ja maßgeblich noch ganze Containerstädte, könnte man fast sagen, an Quarantäne, die plötzlich praktisch aus dem Erdboden gestampft wurden, in vielen Städten, wo man Tausende von Menschen sieht, die sich da in diese Quarantäne begeben. Das ist krass. Also es kommt zum ganz langsames Umdenken. Jetzt ist aber erst mal der Winter vor der Tür. Also vor Frühling glaube ich nicht, dass da maßgebliche Öffnungsschritte kommen werden. Wir werden sehen, jedenfalls chinesische Aktien schon mal sehr, sehr optimistisch. Hier erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung über den Immobilienmarkt und den deftigen Käuferstreik, den Europas Vermieter derzeit an den Tag legen. Immobilien sind ja, man kann fast sagen, weltweit unter Druck von China, über die USA, über Europa. Überall ist das der Fall. Hier ein Blick auf die europäische Perspektive, der sehr interessant ist. Also zwei Artikelempfehlungen. Morgen, meine Damen und Herren, kein Videoausblick und kein Marktgeflüster. Da bin ich nicht da, aber heute Abend noch ein Marktgeflüster vor dem Deutschlandspiel. Das sei versprochen. Jetzt sage ich Servus und Ciao.